Bist du interessiert am Anlagenbau und hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Automatiker, Mechatroniker, Automobilmechatroniker, Montageelektriker, Elektromechaniker oder ähnliches? Dann bist du genau richtig. Leutenegger und Frei AG. Der Spezialist im Bereich der Oberflächentechnik und Thermoanlagen in Antwil bietet dir einen vielfältigen Job mit viel Freiheit an. Mit deinem Auto bist du individuell für unsere Kunden unterwegs. Du bist unser Bindeglied zwischen Lautenegger und Frei und dem Kunden. Selbstständige Durchführung von Wartungs-, Servicearbeiten und Störungsbehebung sowie Instandhaltungsarbeiten an Oberflächenbeschichtungsanlagen sind dein Ding. Wir setzen auf Digitalisierung, Teamwork und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten. Bewirb dich jetzt! Wartungs-Wartungs-Wartungs-Wartungs-Wartung